Am Pfingstmontag wurde traditionell zum Mühlentag geladen. Auch zur Bockwindmühle in Dörgenhausen strömten zahlreiche Besucher, um sich über die Geschichte des mehr als 300 Jahre alten technischen Denkmals zu informieren. Seit 1996 wird die Mühle von einem eigens gegründeten Verein betreut, der sie liebevoll saniert hat und weiterhin in Schuss hält.